Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast. Heute zu Gast ist Sonja. Willst du dich gerade erst mal vorstellen? Ja, hallo. Also mein Name ist Sonja Pichota-Schober. Ich bin Mitte 40 und eigentlich Grafikerin. Seit 2017 bin ich auch hier Kursleiterin an der Kunstwerkstatt. Gut, dann würde ich dich erst mal fragen, was machst du denn hier überhaupt? Ja, also ich habe 2017 das Projekt Let's Art mit ins Leben gerufen. Wir ziehen mit dem Bollerwagen im Sommer einmal die Woche auf die Spielplätze in Bad Kreuznach oder auch Bad Münster. Und in diesem Bollerwagen haben wir alle möglichen kreativen Materialien dabei. Und die Kinder, die dann auf den Spielplatz kommen im Kindergarten- oder Grundschulalter, können sich dann kreativ mit uns austoben. Genau. Seitdem habe ich aber auch schon andere Kurse und Workshops geleitet. Das ist je nach Semester unterschiedlich. Es war mal ein Buchbinde-Workshop dabei oder ein Lettering-Kurs für Erwachsene. Also ganz verschiedene kreative Kurse habe ich schon geleitet. Und seit 2017 gebe ich konstant den Zeichenkurs für Anfänger oder für Einsteiger für Kinder ab acht Jahren. Und was passiert in diesem Zeichenkurs? Ja, also in unserem Zeichenkurs wird natürlich vor allem gezeichnet. Und die Kinder bringen immer unterschiedliche Interessen mit. Ich höre ganz oft den Satz, oh, ich möchte so gerne Tiere zeichnen. Oder ein Kind kommt an und sagt, ich habe angefangen, Gesichter zu zeichnen. Wie mache ich das denn besser oder richtig oder so. Und auf diese Themen lasse ich mich dann ein und bringe in jeder Zeichenstunde was dazu mit. Also die Kinder zeichnen schon individuell ihr eigenes Objekt vielleicht auch ab oder ihr eigenes Tier. Aber wir haben natürlich doch in der Gruppe so eine Art Gruppengemeinschaftsgefühl, das wir alle zusammen zeichnen. Und es unterscheidet sich dann nur darin, ob sich die Kinder jetzt die Tiere aussuchen und welche Tierabbildungen oder ob sie sich einem Gegenstand widmen. Und dann kann ein Kind mal vielleicht üben, die Tasse abzuzeichnen mit Schattenwurf. Und das andere Kind nimmt aber lieber den Hausschuh, den ich mitgebracht habe, aber und zeichnet den ab. Also es ist ganz individuell. Aber wir versuchen natürlich alle irgendwie unseren Blick zu schulen. Oder das ist mir sehr wichtig, dass die Kinder lernen, den Blick zu schulen, genau die Sachen zu betrachten. Und ich gebe dann ein paar Tipps und Tricks, wie man den auch besser aufs Papier bringt. Wir zeichnen auch nicht nur mit Bleistift, sondern auch mit Feinliner. Oder wir probieren mal Kohle aus oder Tusche. Mit Buntstiften wird natürlich auch gerne was Farbiges gezeichnet. Also wir arbeiten auch mit ganz unterschiedlichen Materialien. Und was ist dir wichtig in deinem Zeichenkurs? Also wichtig in meinem Zeichenkurs ist mir, dass die Kinder Spaß behalten und Spaß haben am Zeichnen. Und dass sich auch jeder vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Das passiert meistens ganz unmerklich. So nebenbei, dass jedes Kind dann irgendwie auch seinen Zeichenstil findet und entwickelt. Genau, das ist mir eigentlich ein großes Anliegen. Und dass die Kinder immer mit einem Erfolgserlebnis aus dem Kurs rausgehen und irgendwie eine tolle Zeichnung unterm Arm haben. Und ja, unzufrieden nach Hause gehen. Und passiert im Moment irgendwas? Oder kann nichts stattfinden? Ja, im Moment können wir ja leider nicht in Präsenz unterrichten. Deswegen gibt es den Zeichenkurs aber online. Das läuft genauso gut eigentlich oder ähnlich gut. Manchmal ist die Technik mit der Kamera schwierig, dass man die Bleistiftstriche einfängt. Dass das Licht richtig stimmt und so. Genau, aber bisher jetzt lief der Zeichenkurs online auch ganz gut. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir uns bald auch wieder in Präsenz sehen können. Was ich gerne mache, ist, dass ich mit meinen Zeichenkurskindern auch gerne rausgehe in die Natur. Wir sitzen dann vielleicht im Schlosspark und zeichnen Bäume. Oder ja, also einfach mal in einer anderen Umgebung zeichnen. Das entspannt unheimlich. Ja, dann bedanke ich mich. Schön, dass ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Ja, dann bedanke ich mich.